Hallo und herzlich willkommen. Wir erzählen Ihnen hier kurz etwas zur neuen Fastenaktion. Es geht gerecht. So lautet das Motto der kommenden Fastenaktion, in der es um Klimagerechtigkeit geht. Im Mittelpunkt stehen diesmal Misereo-Partner von den Philippinen und aus Bangladesch. Sie erzählen uns mutmachende Geschichten von ihrem Engagement für Klimagerechtigkeit und ihrem Einsatz gegen den Klimawandel. Setzen wir uns gemeinsam für Gemeinschaft und Gerechtigkeit ein. Dafür haben wir für Ihre Arbeit in Gemeinde, Schule und mit Gruppen wieder anregende Inhalte und Methoden vorbereitet, die Sie ab November auf dieser Webseite finden. Das sind unter anderem Materialien für Vorträge und Hintergründe zu Ländern und Thema unter Thema und Land, Informationen zur Gästereise unter Gäste, Anregungen zur Arbeit mit dem Hungertuch unter Hungertuch, Vorlagen für Gottesdienste und Andachten unter Liturgie, Unterrichtsmaterialien im Bereich Schule, Vorlagen für die 1,5 Grad Jetzt Aktion und vieles weitere mehr. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns gerne an oder schreiben Sie uns eine Mail. Seien Sie Teil der großen Fastenaktionsgemeinschaft und engagieren Sie sich mit uns für die Menschen im Süden. Wir freuen uns auf die Fastenaktion mit Ihnen.